Mein Drahten hat sich in einem Kindermädchen verhört. Mary Poppins, du bist wieder da. Als wir klein waren, haben wir Mary Poppins unmögliche Dinge zugetraut. Wie hast du das gemacht? Was meinst du? Eins solltest du über Mary Poppins wissen. Nein, noch nicht. Sie erklärt niemals irgendwas. Alles ist möglich, selbst das Unmögliche. Auf, los geht's los! Mary Poppins Rückkehr. Ab 20. Dezember im Kino.